Satoshi Hitaka Die Oboe ist ein Holzblasinstrument aus schwarzem Grenadillholz mit vielen silbernen Klappen. Hier oben haben wir ein dünnes, feines Mundstück, das sogenannte Doppelrohrblatt. Hergestellt ist es aus französischem Schilfrohr. Hast du eine alte Küchenrolle aus Pappe zur Hand, dann male dir sechs schwarze Punkte darauf. Das sind dann deine silbernen Klappen. So kannst du mit mir mitspielen. Musik Ja, so klingt die moderne Oboe. Vor über 300 Jahren wurde die Oboe erfunden. Die Oboenfamilie ist groß. So gibt es auch längere Instrumente wie die Altoboe und die Tenoroboe. Diese nennt man dann Oboe d'Amore und Englischhorn. Musik Dies war die Oboe d'Amore. Sie hat einen Liebesbecher. Dadurch klingt sie auch etwas nasaler. Das Englischhorn hört man oft in Sinfonie- und Opernorchestern. Musik Das sind Kinderinstrumente. Das sind Kinderinstrumente. Einfach zu spielende Kinderoboe und eine normale kleine Oboe. In die Oboe muss ich sehr kräftig hineinblasen. Das kannst du ausprobieren, indem du einen Luftballon so schnell wie möglich aufbläst. Nach wenigen Wochen Oboenunterricht kannst du bestimmt schon dieses Lied spielen. Besonders viel Spaß macht das Oboe-Spielen mit anderen zusammen. In Kammermusikgruppen, Bläserklassen oder in einem Orchester. Es ist richtig toll, dass im Orchester die Oboen meistens immer die Melodie mitspielen. Musik Vielleicht kannst du auch mal so gut Oboe spielen, dass du in einem großen Blas- oder Sinfonieorchester mitspielen kannst. Musik Musik Hast du Lust auf eine Oboenstunde bekommen? Dann viel Spaß beim Musikmachen in der Musikschule der Stadt Ulm. Musik 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 Musik